und es geht weiter mit let's play the walking dead und luke ruft uns zu sich wie ich es vermutet habe oh man ich weiß echt nicht es geht weiter mit dem du hast du das knifst denn wenn es matthews und walter sieht es wird zwei und zwei zusammen es ist mit den anderen weapons ok dann gehst du es ich finde walter und schreien oh und ich bin hier ich bin hier was ist oh es ist nichts ich wollte nur checken und sehen ob du bist kommst du mich in luke hey hey wenn es etwas passiert ist ich will es wissen nein geh zurück zu beden ich bin ehrlich ihr könnt mit mir sprechen ich weiß was du nicht in mir glaubst er muss es auch wissen oh jesus oh oh verdammt hey nick ich kann nicht man ich kann nicht mach es nicht mach es nicht es ist vorbei ich muss ihm sagen luke was nein du kannst hey nick du kannst das nicht machen ich kann nicht mit mir leben ok ich höre dich aber ich meine du weißt du was er wird machen sowas ist riesig genau jesus ich kann das nicht oh ich weiß nicht was wir tun sollen auf jeden fall erstmal das messer nehmen bevor bevor walter es entdeckt ich denke mal dann dann wird er schon herausfinden da liegt es oh nein bitte komm jetzt nicht durch die tür er hat es schon und er und er nein scheiße wir sagen es ihm er weiß es doch sowieso schon scheiße ich konnte es sehen ich kann es sehen ich kann es sehen auf seinem Gesicht nicht sicher dann aber jetzt es war uns es war unsere das war jesus ich 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 fühle mich gut nick er hat ihn er ist er ist nick ein guter man oder ist er nur wie alle anderen Er ist, er ist ein guter Junge. Was? Was passiert auf der Brücke? Sag mir was du... Sag mir, son. Sag mir was passiert. Von einer Flucht war es wie jemand. Ich dachte, er würde mich schreien. Und ich... ich schraubelte Matthew. Aber es ist passiert sehr schnell. Ich wusste nicht, ob ich ihn schraubte, aber ich schraubte. Ich wusste nicht. Sie wissen, was du mit mir getan hast? Sie haben eine Idee? Ich wusste nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, Walter. Ach du Scheiße. Walt, was ist passiert? 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 Hilf mir. Ich schraube die Schäuze. Schäuze? Schäuze? Der Transformer muss weg. Ich muss es checken. Ich kann eine Hand benutzen. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Nein. Es ist zu gefährlich. Der Rest von dir. Schau das Ding ab. Schau das Ding ab. Luke und Kenny machen sich auf den Weg. Und wir müssen irgendwie diese Windhüte zum Stoppen bringen, ey. Kann jemand wissen, wie das zu tun? Warte. Ich kann es machen. Wir können es machen. Okay. Wir schauen dich zurück. Nick. Schäuze mit mir. So. Dann schauen wir mal. Wir brauchen erstmal ein bisschen Licht, damit wir was sehen können. Aha. Einen Schlüssel erstmal nehmen. Ich habe schon das Ding getan. So. Alles klar. Haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber ich glaube, es hat trotzdem schon einige Zombies angelockt. Ich meine... Das war schon... Paar Minütchen am Drehen, ne? Was ist nicht richtig? Ja. Oh, shit. Wir haben nicht viel Ammutter. Wir müssen zurück zum Lodge gehen. Sie sind hinter uns. Volltreffer. Wir müssen uns auch verteidigen. So. Den ersten haben wir. Oh, fuck. Fuck. Wir haben keine Munition mehr. Hallo, hilft uns jemand? Ja, gut. Carlos. Carlos. Unser Spanier. Oh. Oh. Guckabt. Seine Waffe. Die könnten wir eigentlich noch nicht gebrauchen. Äh. Äh. Okay. Oh. Schnell. Und die Waffe. Und die Fresse weg war dann. Oh. Fuck. Rückstoß. Das sind wir noch nicht gewohnt. Bei so einer heftigen Waffe. Die Shotgun natürlich wieder. Ist doch besser. Ja. Fuck Nick. Walter. 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 Boah. Er erschießt Nick nicht. Clem, geh rein! Go! Rein da. Clementine, bist du okay? Das war nicht unsere, oder? Nein, das sind nicht unsere Leute. Und die haben auf jeden Fall sehr, sehr starke Waffen. Das ist... George, oder wohl er Carver. Und... Bonnie. Scheiße. Wo ist Rebecca? Carver. Oh oh. Es ist schön, dich auch zu sehen. Dad! Sarah! Nein! Ach, lapp doch nicht aus! Was? Deswegen finde ich die so beschissen, diesen Charakter, ey. Ach, ey. Das war so dumm. Es ist du. Keep moving. Scheiße, ey. Verstecken wir uns jetzt, oder? Kommen wir heraus. Schau an diesen Ort. Elvin, Rebecca, und wir sind noch versteckt. Du glaubst du diesen fucking Ort, Bonnie? Power und alles. Ein viel Fenster, doch. Oh. Es ist fucking groß. Bill's gonna hate it. Ah, der Rest of them could be anywhere. Oh ja, sind wir auch. Fuck, was tun wir jetzt? Okay, wir sollen zu Elvin rüberkommen. Dann machen wir das mal. Man, wie verdammt sind wir diese Leute und sie auch zu suchen? Oh, bitte nicht so eine laute Treppe wie bei uns. Johnny, schau das Fenster. Ja. Bei unserem alten Gebäude. Fuck, was machen sie jetzt? Das ist also Carver und Bonnie, die nur auf scheinheitlich getan hat. Ich wusste es doch. Na, wusste ich ja wirklich, versteht ihr? Fuck. Dieses Arsch noch, ey. Was macht der? Boah. Carver ist der Vater? Mein Vater, bitte. Er will ihn töten. Ah. Wir müssen nach unten gehen. Ich kann das nicht tun. Zurück. Das Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein. Wo sind Luke und Kenny? Wir müssen ihm helfen, Mann. Wir müssen ihm helfen, Mann. Wir sind Freunde, wir sind eine Gruppe. Was ist mit Luke und Kenny? Schau mal an die Schäden. Wir starten schreiten und Leute werden auf beiden Seiten sterben. Alter. Schau mal an. Schau mal an, Luke. Was wird sie machen? Und du hörst ihn? Carver weiß, sie ist mit uns. Just stop! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Wir gehen nach unten. Er hat ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Schau mal an. Schau mal an! Schau mal an! Schau mal an! Clem, gehst du Hilfe. Er wird ihn verletzt, Bek. Er wird es tun. Du wirst nicht wissen. Sag her, Carlos. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Ich würde gerne Luke und Kenny suchen, aber... Ich suche sie und sie gehen runter. Nein, ich gehe drunter. Nein, nein, nein. Fuck. Fuck. Nein 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 Oh mein Gott das wollte ich nicht erreichen Erwin Rebecca zeigt euch Ich will da gar nicht durchgucken Wo so ein lück und kenny oh man Das wollte ich nicht erreichen ich dachte das Bei I will find wir finden sie und Rebecca und Erwin zeigen sich dann Da ist Kenny Nein bitte Oh Okay Können wir irgendwie zu Kenny Nein Scheiße Ich bin gut Nein er ist nicht tot Okay das ist schon mal gut Es sieht aus wie sie alle haben Wer sind diese Leute? Können wir sie nehmen? Ich habe einen ziemlich klarer Schuss auf den 1 Ich habe einen ziemlich klarer Schuss auf den 1 Nur ein bisschen nach links Nur ein bisschen nach links Du Scheiße Ich weiß nicht Vielleicht sollten wir gehen und Luke finden Nein Er hat ihn einfach erschossen Wir sollten Luke finden man Eine Geisel Nein Alter Ohne Vorwarnung Das ist für unsere Mann Das ist für unsere Mann Jetzt wollte ich das nicht machen Aber du hast mir keine Wahl Also hier ist was wird passieren Ich werde einen anderen von deiner Freunde hier Und ich werde ein Blut in die Hände legen Oder du kannst jetzt aufhören Deine Wahl Entschuldigung eternisch Nope Not Ja Entschuldigung D photos D600 Aber fast Nein, nicht Elvin. Was denkst du? Nein. Ich habe einen Schuss. Was machst du denn? Er wird ihn töten. Wir können nicht nur aufgeben. Doch. Er wird immer weiter tun. Schau an Sarita. Tu es nicht. Wir kommen raus. Let's go. Wo ist Luke? Endlich Kut und Ruh. Warum bin ich nicht überrascht? Ich habe dich verrauscht. Ich habe dich nicht verrauscht, um ihn zu folgen. Schau an, wo er dich hat. Aber du bist sicher. Wir gehen nach Hause. Als Familie. Familie. All right, round him up. Wir gehen nach Camp. Fuck. Was nächstes Mal passiert. In der dritten Episode. Ich habe dich verrauscht. Ich habe dich verrauscht. Ich habe dich verrauscht. was passiert. Aber wir uns erinnern, dass es unsere Brüder und Schwestern ist, und sie alle haben einen vitalen Rolle spielen in dieser Gemeinde. Sie sind von der Flock, ja. Das bedeutet nicht, dass sie nicht ihre Weg zurück in die Földe können. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht finden, in unseren Geheimen, um sie zu retten, zu ihnen zu retten. Sie wissen, dass die, die nicht akzeptieren, unsere Liebe, sicherlich haben sie das gehabt. Ein Sturm ist auf dem Weg. Der Sinn, 65% haben sich auch zu Kenny gesessen. Okay. Und auch die Mehrheit hat Water die Wahrheit gesagt. Es haben auch 84% Water dazu überredet, nichts zu vergeben. Left to find Kenny hat auch die Mehrheit, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall, Water wurde eiskalt abgeballert. Wir werden jetzt zu einem Camp gebracht von Kava wahrscheinlich, wo auch mehrere Leute sind. Das sieht auch ziemlich groß aus. Und es ist erneut ein Sturm auf dem Weg mit einer riesen Zombie-Hall, wo man, äh, hat man auch am Ende gesehen. Und wir standen da mit Kava. Und was am wichtigsten ist, wo ist Luke? Luke ist da noch irgendwo draußen am Rumlungern. Und wir werden in der nächsten Folge erfahren, wo er ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal.